Hallo, ich bin Patrick Rudhofer von Korpus Motum. Jetzt machen wir die Gesäßdehnung. Ihr alle kennt das Problem. Ist schon das Problematik, wo es dann richtig so runter zum Ziehen anfängt. Eine einfache Übung, die da dagegen wirkt, ist einfach die Gesäßdehnung. Wir schlagen das Bein einfach über, bleiben trotzdem aufrecht sitzen und der Bauch ist gespannt und wir richten uns auf. Und dann, wenn du den Oberkörper dann so ein bisschen nach vorne bringst, dann zieht es dann ein bisschen mehr. Beim Dehnen passt es mir aber auf, dass es nicht weh tut, sondern dass ihr noch normal atmen könnt. Also wenn ihr jetzt so drin seid in der Dehnung und dann so zusammen zwicken müsst, dann ist schon zu viel. Das Dehnen ist wirklich so eine Sache, wo die Muskeln schön durchbewegt werden. Wenn wir zu viel dehnen, sind wir da draußen und dann kriegen wir mehr Muskelkatastro, dass alles gut ist. Dann musst du beim nächsten Mal wieder neu anfangen. Also wirklich schön langsam nach vorne und so, dass es ein angenehmes Streckgefühl ist. Und nicht so dieses unangenehme Dehnen, was wir noch von früh auf dem Schulturnen können. Von der Seite schaut es dann so aus. Achtung, dass ihr nicht einfach nur die Wirbelsäule rund macht und da hinten einfach gerade bleibt, weil dann passiert da gar nichts. Also wirklich gerade bleiben, den Bauch ein bisschen anspannen, wieder das ganze Becken nach vorne bringen, sodass da hinten eben ein Deheneffekt entsteht. Das dann halten und dann die Seiten wechseln. Ein Grund, warum auch eben da Verspannungen im Gesäßbereich sein können, ist oft einmal die Brieftasche, die man hinten drin hat. Schaut, dass die so wenig wie möglich drin haben. Zum Balanzsitz seid ihr mit dem Becken zum Beispiel schief und habt immer einen Druck auf diese Muskulatur, wo der Nerv eben genau durchgeht. Die Dehnung wieder so halten und das Ganze jede Seite dreimal. Könnt ihr dann wirklich schön im Alltag wieder super einbringen. Ich bin euer Patrick Rudhofer von Corpus Motum. Bis zur nächsten Übung.